Servus Leute, was geht? Real Life VRD ist wieder am Start. Und ja, heute gibt es im Hintergrund ein kleines Black Ops 3 Gameplay, das Ganze erspielt mit der Dingo. Und leider bin ich in diese Runde nachgejoint, was ziemlich belastend war, da ich ansonsten wahrscheinlich den Nuklear gerissen hätte. Und ja, das hier ist ein Nuklear-Fail. Als Abschussserie hatte ich leider auch nur die Drohne dabei. Und das Ganze hat den Grund gehabt, dass ich die Runde zuvor nur auf Drohne gespielt hatte. Und da die letzte Runde schon einige Tage her ist, habe ich das vergessen. Und ja, habe vergessen das Ganze nachzugucken und somit spiele ich halt nur mit der Drohne. Aber mein Gott, war halt trotzdem eine geile Runde. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, ich würde mich drüber freuen. Und ja, demnächst kommen auch definitiv mehr Gameplays oder auf jeden Fall werden noch Gameplays folgen, sagen wir es mal so. Und ich bin dann mal weg. Ich hoffe, man sieht sich halt, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao! Bis dahin, 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 ciao!